Kerala erwacht und wir Eine kleine Betrachtung des Zeitgeschehens von Sarika, Krishnamai und Krishnachandra Der Grund, weswegen sich viele Menschen vom Gottesweg den Bezug zu Gott im alltäglichen Leben abwenden, liegt gemäß Statistiken zu den Kirchenaustritten zumeist in den seltsamen und fragwürdigen Verhaltensgeboten, die im Dunstkreis der Religionen zuhauf zu finden sind. Um deshalb einen gesunden inneren Weg zu begehen, gehören Hingabebereitschaft und Vernunft zusammen. Die meisten religiösen Menschen leben nämlich anachronistisch, in einer Zeit der Ungleichzeitigkeit. Denn technologisch stehen sie im 21. Jahrhundert, hängen aber andererseits, was Weltanschauungen anbelangt, oft noch archaischem Denken an. Sie leben eine Kombination zwischen höchstem technischen Know-how und naiven Kinderglauben, der gefüllt ist von Denkarten aus einer Ära, wo Sklaverei und Unterdrückung von Frauen und Tötung von Andersdenkenden noch Selbstverständlichkeit waren. Religiöse Tradition dient eben oft als Nährboden, kulturelle Relikte aus alten Zeiten noch immer lebendig und aufrechtzuerhalten. Doch die Bhaktas verstehen eine spirituelle Tradition nicht als etwas Abgeschlossenes, sondern als sich fortwährend weiterentwickelnd. Fortschritt ist sicherlich das Gesetz der Natur. Es bedarf Korrekturen und Weiterentwicklungen im Verlauf der Zeit. In Klammer Bhaktivinod Thakur, der Bhagavat. Es gibt Menschen, die den inneren Weg nur als die Nachahmung und Nachfolge großer Seelen verstehen, die vor ihnen gelebt haben. Doch ein solcher Ansatz führt in die Stagnation, blockiert Bhakti und widerspricht der ununterbrochenen Vertiefung und Fortsetzung, welche die natürliche Dynamik der Transzendenz darstellen würde. Bhaktivinod Thakur ermutigte die lesenden Heiliger Schriften, die Geisteshaltung des Autors in ihrem Inneren weiter wachsen zu lassen, hinein in eine Verbesserung und Reifung. Der Offenbarungsweg des Bhagavatam selbst bildet hierfür ein Beispiel, in dem dieser als ein lebendiger Vorgang aus der liebenden Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, in Klammer Sprecher und Hörer, dargelegt wird. Wenn der Hörende seinerseits zum Sprecher wird, ist seine Offenbarung bereits die Durchdringung und Vertiefung dessen, was er, der einst, zu hören bekam. Seine eigene Verwirklichung kommt hinzu. So ist das Srimad Bhagavatam, das Narada an Vyasadeva weitergibt, ein anderes als das, welches Narada zuvor von Brahma hören durfte und verinnerlichte, der es in der Form von vier Versen von Krishna selbst erhalten hatte. Shukadeva wiederum, der Sprecher des Bhagavatam, wie wir es heute hören dürfen, erfuhr die innere Schau seines Vaters Vyasadeva und spricht seinerseits seine ganz persönliche Verwirklichung. Der Vorgang heiliger Offenbarung wird im Bhagavatam mit einer Mangofrucht verglichen, die durch das Knabbern eines Papageis, Zucker, alsbald noch süßer werde. Gemeint ist eben genau, dass die Durchdringung und Weitergabe heiliger Inhalte jeweils weiterer Vertiefungsstufen, neue Aspekte und ungeahnte Dimensionen in den Gottsuchenden aufsteigen lässt, denen es wirklich um Wahrheit geht. Tausende indische Frauen bildeten zu Neujahr 2019 eine 620 Kilometer lange Menschenkette an der Küste Keralas entlang bis nach Thiruvananthapuram im Süden, um für Gleichberechtigung zu demonstrieren und gegen ein uraltes Stigma, nämlich, dass Frauen unrein seien. Das indische Gericht hat ihnen Recht gegeben. Doch fromme Hindus meinen, dass Frauen für zölibatiere Götter ein No-Go seien. Unter Polizeischutz hatten sich Frauen schwarzvermummt durch den Seiteneingang in einen besonders heiligen Tempel geschlichen. Da haben sie Ayapa, dem Sohn Shivas, ja etwas zugemutet. Was ist das für ein Zölibat, das sich durch die Abwehr des anderen Geschlechterpols definiert? In fast allen heiligen Schriften, alle Traditionen, werden Frauen als Gefahr für zölibatär lebende Männer und eben solche Götter angesehen. So auch im Sarabimala-Tempel in Kerala. In Kerala eskaliert nun die Gewalt mit Wasserwerfern und Tränengas. Das Auswärtige Amt empfiehlt Reisenden sogar, sich über die Auseinandersetzungen zu informieren und lieber wegzubleiben. Kerala erwacht. Und wo stehen wir? Fragen wir uns? Die alten Traditionen argumentieren mit der rituellen Unreinheit der Frau. Das Bhagavatam 6.9.9 beschreibt die Menstruation der Frau als sündhafte karmische Reaktion auf einen Brahmanenmord. Daraus wird die rituelle Unreinheit von Frauen abgeleitet, weshalb ihnen auch der Tempelzutritt in Kerala verboten wurde und viele Zurückhaltungen aufgebürdet werden. Dass man bestimmte Verhaltensweisen in dieser Welt von irgendwelchen alten Erzählungen ableitet, ist das Hauptmerkmal der mythischen Ebene von Religion. Die meisten Menschen auf dieser Erde schwingen bewusstseinsmäßig auf der rationellen Ebene, weshalb Religion ihnen großteils sehr unzeitgemäß erscheint und auf sie nicht mehr ansprechend wirkt. Für sie ist die Historisierung von Mythen und dann darauf sogar, noch moralische Verhaltensweisen ableiten zu wollen, eine Befremdung. Doch auch in der Abwendung von religiösen Offenbarungen wird das Gottes-Vakuum bestehen bleiben und man vermag dieses auch nicht mit allen innerweltlichen Bequemlichkeiten zu kompensieren Vermögen. Doch ist es da auch eine Aufgabe und Verantwortung von Bhaktas, die spirituelle Tradition auf eine Weise darzulegen, dass diese für die jeweilige Zeit wieder attraktiv wird. Das war der Imperativ, den Bhaktivinots Thakur im oberigen Zitat forderte. Es folgt eine Tabelle von unten nach oben ansteigend. Es gibt jeweils fünf Spalten mit jeweiligen Punkten Entwicklung, Bewusstsein, Gesellschaftsform, Selbstwahrnehmung, Selbstplatzierung und Form der Religion. Bei Entwicklung ist jeweils ein Pfeil nach oben, also ansteigend. Das heißt, ich werde nur vier Spalten vorlesen. Bewusstsein, Achaisch, Gesellschaftsform, Stämme, Selbstwahrnehmung, Selbstplatzierung, nachahmend, mimetisch, Form der Religion, Animismus. Bewusstsein, Magisch, Gesellschaftsform, Feudalismus. Selbstwahrnehmung, Selbstplatzierung, Egozentrisch, Form der Religion, Magie, Polytheismus, Schamanismus. Bewusstsein, Mythisch, Gesellschaftsform, Absolutismus, Kollektivismus. Selbstwahrnehmung, Selbstplatzierung, Ethnozentrisch, Heil im projizierten Himmel. Form der Religion, Schriftreligionen, Form der Religion, Schriftreligionen, Monotheismus. Bewusstsein, Pluralistisch, Rational, Gesellschaftsform, Demokratie, Bürgerliche Moderne. Selbstwahrnehmung, Selbstplatzierung, Weltzentrisch, Autonomes Ich, Heil im Diesseits. Form der Religion, Atheismus, Agnosticismus, Pantheismus. Bewusstsein, Integral. Gesellschaftsform, Selbstverantwortung, Globales Dorf. Selbstwahrnehmung, Selbstplatzierung, Kosmozentrisch, Theocentrisch. Form der Religion, Integrale, Transrationale Spiritualität. Sanatana Dharma. Im Bhagavatam 6.18.49 unterweist Kasyapamuni seine Frau Diti, dass sie nichts Unreines essen solle. Also keine Speisen, die von einem Shudra gebracht oder berührt wurden. Oder schlimmer noch, solche, die von einer menstruierenden Frau gesehen wurden. In einer Erläuterung des Bhagavatam 7.5.23 werden Vergehen, die man bei der Verehrung des Diti begehen kann, aufgezählt. Dort wird das Varaha Purana zitiert, gemäß welchen es ein Vergehen sei, eine Leiche oder eine Frau in ihrer Periode zu berühren. Das gleiche wird im Nektar der Hingabe, Kapitel 8, noch einmal erwähnt. In der Manu Samhita, Kapitel 5.66 heißt es, dass Frauen in dieser Zeit sehr unrein, asauca, seien. Viele heutige Vaishnavas handhaben dies so, dass eine Frau in dieser Zeit auch keine Verehrung zu den Ditis ausführen dürfe, also auch keine Nahrung zu Radha Krishna weinen solle. Einige empfehlen sogar, dass sie nicht auf ihre Chapa-Mala chenten solle, to lasse sie nicht sehen, umkreisen oder gießen solle und auch die Personen, die Diti-Verehrung ausführen, nicht berühren dürfe. In vielen Ashrams und Tempeln der Bhakti-Bewegung werden diese Vorgehensweisen und Verhaltensrichtlinien auch unter Bhaktas, die den postaufklärerischen Hintergrund als Europäer oder Amerikaner mitbringen, vertreten und empfohlen, gar eingefordert. In Kerala stehen die Frauen auf, da sie solch mythische Weltschau nicht länger tolerieren wollen. Doch bei Bhakti-Yogis in der westlichen Welt schleichen sich solche Anschauungen einfach ins Glaubensgebäude hinein und werden unter dem Deckmantel des Vertrauens in den Weg einfach mitgetragen. Diese Überzeugungslasten sind es, die es vielen aufgeweckten Menschen verunmöglichen, Zugang zum ewigen Inhalt von Jai-Va-Dharma zur ewigen Funktion des ewigen Lebewesens, nämlich spontaner, ununterbrochener Gottesliebe, zu erhalten. Was mich nachdenklich macht, ist vor allem, weshalb Bhaktas dann nicht vermehrt ihre Stimme gegen konditionierte Anschauungen der ausgehenden Prosezeit erheben. Nicht nur werden diese schweigend hingenommen, sondern in bestimmten Kontexten und Satsangs aktiv in Wort und Tat unterstützt. Im Falle der Radha-Krishna-Bhakti fatalerweise mit dem argumentativen Hinweis auf Guru, Sadhu und Shastra, eben jenen Elementen, denen von Praktizierenden eine Art höchste Autorität über das eigene Dasein zugesprochen wird. Dass die bedingte Seele auf ihrem Erwachungspfad einsehen lernt, dass es tatsächlich eine Anerkennung solch höherer Autoritäten bedarf, wenn es zum Beispiel um die Einordnung eigener Wahrnehmungen geht oder um die Annäherung an feiner werdende Bereiche und um den Zugang zur Transzendenz insgesamt, ist ein unabdingbarer Teil des inneren Weges. Jedoch mag der wesentliche Grundbaustein niemals außer Acht gelassen werden, die Mündigkeit, ohne die ein vermeintlicher innerer Weg eigentlich bloß Kopie und Mitläufertum ist. Ein Aspekt, ja, Erfordernis solcher Mündigkeit besteht darin, keine Energien für offensichtliche Absurditäten zu verschwenden, sondern uns unseres Verstandes zu bedienen. Vergleiche Shrima Bhagavatam 11.7.20 und 23. Dies aber kostet, wie Kant feststellt, Mut. Es ist dies aber der symptomatische Mut des inneren Weges, falls nötig, allein stehen zu können, ohne Korruptionsanfälligkeit für etwas einstehen zu können, alles sich immer wieder ausweiten lassen zu können. Dementsprechend ist das praktizierte Gegenteil eine Form der Feigheit, der erwachenden Seele nicht angemessen. Fragen dürfen wir uns schon, worin eigentlich der wahre Grund für solche bis heute nachwirkenden, in höchstem Maße kränkenden, diskriminierenden, trennenden Sichtweisen besteht. In der christlichen Tradition sind Verbote, die auf der vermeintlichen rituellen Unreinheit der Frau beruhen, die letzten 1700 Jahre hindurch im offiziellen Kirchenrecht verankert. Wenn ein Mann bei einem Weibe liegt, zur Zeit ihres Monatsflusses und mit ihr Umgang pflegt und so ihren Blutfluss entdeckt und sie ihren Blutfluss entblößt, so sollen beide aus ihrem Volke ausgerottet werden. 1. Buch Mose 38-6-10 3. Buch Mose 20-18 Paulus spricht über die Männer und Frauen. Tim 2, 8 Ich will, dass die Männer überall beim Gebet ihre Hände in Reinheit erheben, frei von Zorn und Streit. Auch sollen die Frauen sich anständig, bescheiden und zurückhaltend kleiden. Nicht Haartracht, Gold, Perlen und kostbare Kleider seien ihr Schmuck, sondern gute Werke. So gehört es sich für Frauen, die gottfürchtig sein wollen. Eine Frau soll sich still und in aller Unterordnung belehren lassen. Dass eine Frau lehrt, erlaube ich nicht. Auch nicht, dass sie über ihren Mann herrscht. Sie soll sich still verhalten, denn zuerst wurde Adam erschaffen, danach Eva. Und nicht Adam wurde verführt, sondern die Frau ließ sich verführen und übertrat das Gebot. Sie wird aber dadurch gerettet werden, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie in Glaube, Liebe und Heiligkeit ein besonnenes Leben führt. In Klammer, siehe Anhang 2 Wenn aber Gott und sein Wort herhalten müssen, um eine Mentalität von Trennung in dieser Welt zu etablieren und aufrechtzuerhalten, so handelt es sich um einen massiven Missbrauch von Religion, der die eingangs erwähnte gänzliche Abkehr von ihr, ja von Gott, hervorrufen kann und fördert. Vor dem Hintergrund von hunderten solcher Zitate überrascht es nicht, dass die große Mehrheit der Kirchenväter, kirchlichen Rechtsgelehrten, Theologen und Kirchenführer, Brahmanen und Gurus der Meinung war, dass eine solche rituell unreine Person nicht mit dem Dienst an der Eucharistie oder Puja beauftragt werden könne. Ihre Urteile über die Weihefähigkeit von Frauen werden durch die soziale und kulturelle Voreingenommenheit bekräftigt. Natürlich ist Religion nicht der alleinige Motor für Menschen unwürdiges Verhalten, aber als Wertgeber fördert sie aufgrund der Verhaftung an antiquierte Lebensweisen massenhaftes Unrecht. Viele Religionen haben Probleme mit der Gleichberechtigung der Frauen. Sie sind in ihrer konservativen und teilweise reaktionären Denkweise, die im mythischen Denken gefangen ist, in diesem Punkt oft nur schwer reformfähig. Aus religionskritischer Sicht ist der Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau, in Klammer, nicht gleich, aber gleiche Befugnisse für den Gottesweg in Hand, fundamental wichtig und kann nicht aus historischen, traditionalistischen Gründen aufgeweicht werden. Alle religiösen Vorschriften, die diesen Punkt nicht anerkennen, verstoßen gegen die Menschenrechte und damit gegen die Grundlage sogar unserer weltlichen Rechtsordnung. Nehme man dies wirklich ernst, müssten Organisationen und Institutionen, die dagegen verstoßen, abgemahnt werden. So würden den Tendenzen, die das Religiöse in ein subjektives Abseits drängen, auf dieser ganz konkreten Ebene bereits etwas entgegengestellt werden. Noch wesentlicher aber ist die folgende Bewusstmachung, die ein sofortiges inneres und äußeres Reagieren nach sich zu ziehen vermag. Das Bewusstsein, dass solche Auswüße von abwertender Unterscheidung und unüberwindlicher Trennung im Namen Gottes und seines Wortes die Schändung eines heiligen Mysteriums bedeutet. Der ewigen Beziehung zwischen der Seele und Radha Krishna. Denn wenn aus unserer innersten Tiefe der Wahrheitsruf erschallt, dass diese Dinge, die da im Namen Gottes verkündet werden, keinesweils stimmen können, strandierte Religion, aber solchen Rufen noch immer blindwütig das gängige Bollwerk patriarchaler Machtstrukturen entgegensetzt, vollzieht sich das, was mit Sünde eigentlich gemeint ist. Das zarte Pflänzchen Shradha, heiliges Grundvertrauen, wird beschädigt. Dies aber bildet die eigentliche Aufgabe jeder Religion, jenem Pflänzchen, Nährboden, Treibhaus, Paradiesgarten zu sein. Wir können noch lange Lilas und tiefe Philosophie erzählen, doch wenn in unseren Texten und in unseren Köpfen noch solche verachtenden Konzepte mitschwingen, erscheint all der kostbare Inhalt nur als eine leere Hülse. Dieses Bild wird im Bhagavatam öfters gegeben. In Klammer 10, 14.4 Für uns sind diese Themen eben nicht peripherbereiche, sondern wesentliche Grundlagen, die es in unserem innersten System wirklich zu ordnen gilt. Ich sehe so viele Bhaktas noch in solchen mythischen Gedankenwelten gefangen und bin sicher, dass dies dann ein wirkliches Anartha, ein Hindernis, darstellt. Da kann man noch so lange über Radha Krishnas Lila meditieren. Wenn aber diese Heiligausrichtung auf einer grundlegend verachtenden Haltung basiert, wird Radha Krishna es nicht annehmen. Srimad Bhagavatam 3.29.22-23.26 Bhaktivinod Thakur forderte den Imperativ des Weiterwachsens von Traditionen. Männer und Frauen sind also geladen, sich von dem Joch zu befreien, von menschenfeindlicher Tradition, die das spirituelle Leben unlebendig lebendig und zum Kalkül werden lässt. Wo Wasserwerfer die Antwort sind auf das längst überfällige Implementieren der Menschenrechte, wohnt sicherlich ohnehin kein Gott mehr. Ich wäre ja an seiner Stelle auch schon lange aus einem solchen Tempel ausgezogen. In Kerala gilt es also nun, diese musealen Bettstätten zu öffnen. Vielleicht lässt sich die eine oder andere Lokation dann wieder als Tempel, als wirklichen heiligen Bezirk anerkennen und retten. Auch unter den Radha Krishna Bhaktas ist da eine Reformation angesagt. Anhang 1 During a menstruational cycle a lady can't go to temple, can't made boga for Thakuchi and can't study scriptures until she take full bath. Until she take full bath on second or third day. Wash her hair, wash. She can't touch her Chapa Mala but can do Chapa of Maha Mantra without Mala. After menstruational cycle she has to wash her beads through Pancha Marita or true Radha Kunt Water Ganga or Yamuna Water Source Iskondesautry.com In allen Iskond-Tempeln darf man auch keine Blumengelanden für die Dates machen in dieser Zeit der Unreinheit. So wird das da genannt. Anhang 2 Ein alttestamentarischer Schlüsseltext über die Verunreinigung durch die Monatsperioden ist Levicus 15.19-30 wo die folgenden Vorschriften stehen Wenn eine Frau ihre monatliche Blutung hat ist sie sieben Tage lang unrein. Jeder der sie berührt wird unrein bis zum Abend. Auch alles worauf sie während dieser Zeit liegt oder sitzt wird unrein. Wer ihr Lager oder etwas worauf sie gesessen hat berührt muss seine Kleider waschen sie selbst mit Wasser abspülen und bleibt bis zum Abend unrein. Auch wer irgendetwas auf ihrem Lager oder ihrem Stuhl liegendes berührt wird unrein bis zum Abend. Wenn ein Mann während dieser Zeit mit ihr schläft wird er selbst für sieben Tage unrein. Jedes Lager auf dem er liegt wird unrein. Dauert die monatliche Blutung länger als sieben Tage oder hat die Frau außerhalb ihrer Periode einen Ausfluss der längere Zeit anhält so ist sie während dieser Zeit genauso unrein wie während ihrer Monats Blutung. Wäre sie von dem Ausfluss geheilt so wartet sie noch sieben Tage dann ist sie Achtentag bringt sie zwei Turteltauben oder zwei junge gewöhnliche Tauben zum Priester an den Eingang des heiligen Zeltes. Der Priester opfert die eine als Sühne Opfer die andere als Brandopfer und bringt so zwischen der Kranken und dem Herrn alles wieder in rechte Ordnung. Schärft den Kindern Israels ein diese Vorschriften zu beachten damit sie nicht meine Wohnung die mitten in ihrem Lager ist verunreinigen. Die Frau muss sich nach jeder Geburt einer rituellen Reinigung unterziehen. Nach der Geburt eines Sohnes war die Mutter für 40 Tage unrein bei einer Tochter für 80 Tage. Levicus 12.1 bis 8 12 12 13 13 14 15